Hallo, heute haben wir einen neuen Joghurt. Ja, so einen gleichen haben wir gerade probiert. Hier sind unsere Schüttel. Genau. Ihr habt schon die probiert. Ja, ich denke, die gibt es gerade in Aldi. Ja. Wo gibt es die in Aldi? In Lidl. In Lidl gibt es die gerade. Ja. Ja. Und das ist sehr lecker. Ja, wir probieren jetzt mal und gucken, wie es schmeckt. Da haben wir noch ein Gewicht. Ja. Na, jetzt mal die Schokolade. Mh, auch sehr lecker. So, heute gehen wir noch auf den Hamburger Dom. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Liegt sich gut. Ja. Wir fallen auf dem, auf dem, auf dem, ganz, 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 ganz große Achterbahn. Nein. Das ist eine ganz Taschnacht. Sie meinte ganz gruselig. Ja. Und dann, wir fahren heute auf ganz gruselige Achterbahn. Ja. Und jetzt, ähm, gebt uns einen Daumen nach oben. Ja. Und bitte schreibt in die Kommentare, welches Eis ihr am besten mögt. Und, und weißt ihr, nämlich, wir fahren noch auf die wilde Maus, wir fahren auf die Monster, wir fahren auf den Halt und noch auf ganz viele Sachen. Und, ähm, schreibt, und meint es zum Beispiel, äh, Spitz zu Pfefferminz mit Schokostreusel und Tans. Bananen mit Schokostreusel. Okay, ich mach Schluss. Und, die Glocke aktivieren und die Kommentare schreiben und einen Daumen nach oben. Ja.